ja moinzen liebe eu ami und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen troll part der tlc-fan hat mich von getrollt ich habe jetzt gesagt mein handy klingelt deswegen kann ich jetzt aufnehmen und zwar ich werde jetzt mal ein bisschen auf dem sack gehen und ihr seid live dabei wie ich noch ein bisschen auf dem sack das heißt ich werde ihn jetzt ein bisschen triezen und bisschen traktieren vielleicht keine ahnung vielleicht sein bahnhof auf den kopf stellen muss man mal gucken wir werden es dann sehen was ich jetzt letztendlich mache aber erst mal würde ich sagen habt ihr viel spaß bei diesem video wir sind übrigens dieses mal auf den rebu server nicht auf den cc server und zwar sind wir dann survival mode also viel spaß diese nervigen leute hier so leute von morgen von gestern er hat jetzt das wort hier ich habe das wort schlägst du mich das ist eine axt alter was bloß dass eine picke aus wenn du hast eine axt warum hat es dann sie ungefähr dieses geräusch gehabt war ich habe nicht das gemacht habe alles so wie es ist ja aber du warst hier gerade hast herum gefummelt und jetzt hast du rumgefummelt ich schicke mein kart zu dir runter finger weg von meiner natur ich würde ich gleich ich wollte die zugangsdaten sehen das ist auch ich und davon brauche ich was und leute sieht hier was hier ist ihr wisst schon was ich hatte die todes hand ein allererster aufgenommen leute das ist meine oba wenn mir dieses mal und wenn dieses mal kathio wertvoll ist und fährt das hier genauso gut das ist andere runter und genauso so andersrum ist ist und nein ich hab doch nicht ey wir sind kreativ gewesen wie sagt er nicht mit der Axt was macht die ich bin im kreativ Modus äh im kreativ Modus schon im survival Modus will ich jetzt irgendwas bei dir machen gib mir die Axt, gib mir die Axt welcher die da ein Holzer Axt gib 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 oh er ist auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung übrigens ihr müsst ihn mit sie ansprechen ja 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 wie sollst du damit was machen mhm guck d 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 und d d d das was schien aufhören ich schiede nicht ja mach an du mach doch gar nicht du musst hier ein blocken bauen wollen man blocken sonst kommen wir hoch wenn ich jetzt an du machst und wird wissen wir tot wollen wir blöcke ich glaube hier auf dem eisenblock wird dann wirklich hin jetzt kommen wir raus ja jetzt der borde um warte mal kannst du den abbauen der bau ist weil ich muss andere machen und ich weiß gar nicht wie das jetzt passiert ist wahrscheinlich rumgepackt ist es weg ist immer noch nicht weg weiter mal nochmal und ist jetzt weg das jetzt nicht weg geht noch mal wie du noch mal und erfolgreich aber mir geht mir steht auch an der folge ich muss hier mal bauen die aufnahme aufnahme ist gecrasht jetzt jetzt nicht gecrasht ne aber ich werde jetzt auf zu aufnehmen ich werde das ganze video ein und ja nix weißt du aber jetzt auf was geklärt oder? weißt du es nicht? soll ich enter drücken? oh ne ihr willst mich verarschen ist immer noch nicht der andere kaputt geschehen hey lol das spinnt ja immer voll man hä? als ob ihr Leute schienen rumliegen lol mach mal hier einen Block unter mir drunter mach mal ich komm hier in dem Granit ich weiß nicht lol das hat das sehr unwillig ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal Schottkart runterladen warum? hab ich dann aufnahme gecrasht nein ich werde das Video schneiden und in der Zeit bringst du das Video in Ordnung bitte ok guck mal von selber ja ich hab jetzt schon du weißt schon dass ich die Anze aufgenommen habe ne? sag Hallo zu den Zuschauern jawohl Habt ihr den Rage-Cram mitbekommen, Leute? Äh, das war so gut, also... Jungein! Ja, Leute, da ist er, die erste Fan. Danke, danke für den geilen Rage, für die Zuschauer. Dankeschön. Das hat mir wirklich voll gefällt. Eigentlich wollte ich das nämlich hier oben auf den Kopf drehen und nicht da unten. Egal, erst ein paar Rohstoffe geschenkt bekommen. Das ist positiv. Uns wird ja eh schon von einer gewissen Person vorgehalten. Wir hätten das nicht letsche, der farmt halt so. Das wurde nicht mehr geschenkt. Dann kommt das Ganze auf YouTube. Weiß ich noch nicht. Aber, Leute, das war doch mal wieder ein schöner Prank von mir. Ich hab übrigens nicht telefoniert, ich hab nämlich schnell meine Begrünung gemacht. Ich hab's mir nochmal geschafft, ihn perfekt zu pranken und es direkt nach einem Prank von ihm war. Er hat vorhin hier... Wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, bevor wir das Video zu Ende machen. Er hat vorhin hier... Ich hab da hinten meine Lore. Da hinten, die was da... Wo das Farbenkreuz ist. Holz, da tue ich das Holz ein. Was ich gefarmt hab. Dann drück ich ihn auf. Dann schick ich sie los. Dann fährt sie hier her. Und normalerweise hier dann so rum und fährt dann dahin. Leert sich aus. Wegen der Schaltung hier. Und kommt dann wieder zurück. Er hat aber den Hebel so gestellt. Und dann ist sie nämlich hier geradeaus weitergefahren runter. Und da musste ich erstmal in die Höhle runterlatschen und muss machen. Und das hat er aufgenommen. Und Cut, aber leider... Zu seinem Pech hat die Aufnahme leider nicht so funktioniert, wie er sich vorgestellt hat. Dadurch kann er den Prank nicht hochladen. Und dachte ich mir, jetzt gibt's erstmal einen kleinen Rache-Prank. Ja, ich liebe es doch immer wieder, die Gebäude auf den Kopf zu drehen. Mein kleines Hobby. Ja, Leute. Lasst gerne auch mal bei Ihnen ein Abo da. Ich werde mir von Ihnen mal den Kanal-Link jetzt dann zuschicken lassen. Dann hau ich den auch in die Beschreibung mit rein. Schaut bei meinen super YouTube-Kollegen vorbei. Und wenn ihr neu seid und noch mehr von diesen kleinen Mini-Pranks von mir sehen wollt, so lasst doch gerne ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und da ich ja eh schon Abo geil genannt werde von einer gewissen YouTuber-Person hier, die ich, das Name ich jetzt nicht nennen werde, ähm, abonniert mich alle unbedingt. Ich möchte sowas von mir Rache geben. Und, ja, ihr hört's, er möchte mir Rache geben. Ich zitiere jetzt schon von Angst. Ähm, okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschü tschü. Danke fürs Zuschauen.